Entspannungs- oder Meditationstechniken sind vor allem die Erfahrung, dass man dem Körper vertrauen kann und dass überhaupt nichts geändert werden muss, wenn es doch gut so ist, wie es ist. Dass man nichts besorgen muss, nichts arbeiten muss, dass man im Moment nichts hinzuführen oder abführen muss, was diesen Zustand auch erhielte, des Erwodigseins. Denn wenn man lernt, dies ohne diese Zu- oder Abfuhr hinauszuzögern, bemerkt man, wie wenig der Körper eigentlich benötigt, um sich selber wohl zu sein, gut zu sein. Und das ist nichts Verbotenes.